Wir, die drei WKW, sind die Klimabotschafter der HLW Isportal und hiermit darf ich, Karin Pleimer, euch zu unserem Infovideo begrüßen. Unser Ziel ist es, jungen Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie in ihrem Lebensumfeld gezielte Maßnahmen zum Klimaschutz setzen können. Wir haben uns besonders auf die Bereiche Mobilität, Konsum, Kleidung, Energie, Wohnen und Ernährung konzentriert. Durch einen Wettbewerb möchten wir die Jugendlichen dazu bringen, Aktionen in ihrem Umfeld zu starten und so als gutes Vorbild für andere vorausgehen. Musik Liebe Leute, werdet aktiv und beteiligt euch an dem Klimaschutz für unsere gemeinsame Zukunft.